Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking. Squirt da da! Mal sehen, was wir jetzt so für Spieler hinzugewürfelt bekommen haben. Also beiderseitig. Gegner sowie Mates. Hallo Team. Hört sich gut an? Hört sich sehr gut an? Stabil? Hört sich auch stabil an? Sehr gut? Hört sich alle sehr stabil an. Ist die win? Wir gehen da schon ran, Leute. Push B ist immer gut. Ich geh auch vor. Ich geh freiwillig vor. Ist in Ordnung. Ich mach das. Ventrum. Wir gucken mal, was wir hier oder wie wir hier pushen. Na meine, oh scheiße. Da kriegt er schon mal dick auf die Nase von diesem Asphalt-Hassfa-Oh. Da haut er einfach die Flash des Todes raus. Muss das sein? Nein! Ey! Ist der gerade eben geleckt? Schwur. Ich war voll auf Kopf drauf. Aber da ist er einfach geleckt. What the f***? What the f***? What the f***? Also wir haben ja schon mal richtige Taktiker am Start. Ja, schöne Ansagen. Mach dies und guck das. Pass. Okay, das ist schlecht, wenn wir so stehen. Einer sollte schon irgendwie in der Mitte stehen. Falls sich da doch einer durchdrücken kann. Want to fight walk still? Incoming? Oh Gott, scheiße. Ach komm! Okay, wir gehen wieder B. Ventrum. Low HP. 4 HP left. Nice. He's down. Oh, okay. Immerhin diesen Hüffesfalt gekillt. Oh Gott. Oh Gott. Krass. Krass. Krass! Die Spieler auf Supreme sind nie im Leben so hart wie das hier. Krass, wie schnell die verschoben sind. Wie die angepimmelt kommen. Nochmal. Nochmal. Ist halt auch wieder DMG, ne? Klar, es ist der extremer High-Elo-Bereich. Hier geht's auch rund. Auf L.E. wird's dann gemütlicher. Lem, sehr gemütlich. Supreme. Praktisch, äh, ja. Silver. He's still on the side. Molly. Nice. Ah, okay. One sitting. Scheiße. Was macht der Kollege dann Main? Ey, das wäre doch jetzt der Easy Plant geworden. Muss das sein, dass er da irgendwie auf Main rumkackt? Ich weiß nicht, ob er die South Park-Folge kennt, auf die er sein Bild da anspielt oder von der sein Bild da abgekupfert ist. Aber genau so hat er das gerade eben gemacht. Ach, stört euch das, dass ich gerade hier spiele? Ist aber schlimm. So, da kommt jetzt einer in den Squeaker rein und das gibt den Shot für ihn. Den Todesshot. Oder auch nicht. Okay, ich habe niemanden bei Yellow gesehen, auch niemanden oben bei... One is in Main, I think? Ja, ich denke. Jetzt können wir immerhin kaufen. Ich überlege gerade, ob ich mir einen AWP holen soll. Wie sieht's... Ah, Gott, zwei AWP... Zum Glück habe ich keine gekauft. I dropped Deagle. Jetzt müssen wir uns schon echt ein bisschen anste... Ah, da ist ein... Nice. We got one kill on me. Oh, Gott, was? Wie kann man nur so verschissenlackig sein wie dieser Bock? Ich bin durchgehend geschlichen. Er konnte nicht wissen, dass ich da bin und mein Mate ist gesteppt. Also er war aggressiv vor B. Da guckt man doch als AWP vor B. Er wäre ja praktisch nackt gestanden gegenüber meines Mates. Also wenn der jetzt durchgekommen wäre. Jetzt ist die Bombe ganz eklig down, ne? Oh. Ja. Das könnte eine sehr schwere Geburt werden, wobei wir natürlich bei CT zu Null gewinnen, ist klar. Gut, da gehe ich mal direkt wieder weg. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich hinde die Bombe mit, bevor die AWP hier die Bombe alleine hat. Die spielen halt ultra defensiv. Also das ist krass. Von der On-Spot, at least. Wow. Wir müssen rushen. Wir können gegen die nicht anstinken mit langsamem Spielen und Aufteilen und hin und her. Das ist irgendwie zu krass, wie die stehen. Also zu defensiv. Und die verschieben wunderbar. Das heißt, wir müssen alle drauf, Bombe legen. Und dann darf dann nichts passieren. Von wegen... Ja, gut. Mon-City. Spot is clear. I can plant. So. So muss es laufen. Alter, der ist auch angesagt, mein Schee. City is down, nice. Na also. Na also. Wir müssen einfach rushen. Es hat anderweitig keinen Sinn. Nein. Du verfickter Luck-Boy, man. Warum kommt er, wenn ich die Flasche in der Hand habe? Oh, ich spiel dich. Nice. 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 Und deren Lakometer ein bisschen runter. Zumindest ein bisschen runter. Zack, bloß. I think. The spot is clear. Okay. Edel. Krass. Ich setze zum Mate-Wolf an. In dem Moment wird mein Mate-Star auf den Gewurrushed. Scheiße. Schon wieder. Time to time. Time to time. Lack. We can all go together. So. We can boost Vents if you want. Nice. I'm going zigzag. Oh. Nice connector. Fuck. Der eine fängt schon an mit Mutmaßung, wer da vielleicht cheat in dem Gegner-Team, aber er sagt jetzt wirklich völlig gechillt, ich glaube halt, dass da hier und dort und links und rechts möglicherweise jemand mehr weiß, als er eigentlich sollte. Leute. Wollten wir nicht drauf? Hallo? Und ist Hauvich? Oh nein, sie ist down. Hauvich Piranha ist down. Komm schon, plant es schnell, schnell, schnell. Das haben sie im Griff. Es ist nur noch einer. Die haben sogar einen weniger. Oh. Drei gegen. Oh. Zwei gegen einen. Lass den einfach kommen. Lass den einfach kommen. Oh, er ist schon bei Forklift. Sehr schön. Gelb spielt extrem gut. Richtig schön chillig, millig, nillig. Und, oh nein. Oh nein. Oh. Ich wollte gerade sagen, warte, face ihn lieber nicht. Das sind doch die Luckboys. Der macht einen Lucky Headshot. Vorsicht, Vorsicht. Da renne ich lieber immer erstmal in Deckung. Vor allem, wenn er mich noch nicht anvisiert hat und ich praktisch auch Zeit habe, um diese in Deckung gerreit durchzuziehen. Und ja, die Bombe geht ja dann eh gleich hoch. Also von daher. Let's go. Lass den around. Also ein 15 wäre schon ziemlich nass. Weil es zieht die dann natürlich zu null. Zu null sind die fickt. Ja. Zu null. Und still main. Nein, main. Oh, selbstgefähr. Hat er den geholt? Ne, nicht. Doch, er hat den geholt. Nice, nice. Oh. Aber den dafür nicht. Geflasht kann er alles treffen, aber wenn er die Gegner sieht. Schwierig. Das wird schwierig. Oh no. Let's go. Sehr schön. Die Aufteilung passt. Okay. Ja. Another one main. Bomb, white box. Just let them come. Ja. Oh. Schön zerfickt. Verstehst du? Wenn wir jetzt alle Runden holen. Let us play defensive as hell. Die können wir easy schlagen. Die Boys. Können wir easy schlagen. Schön defensiv spielen. Zack. Lieber mal ein bisschen früher so ein Molli oder eine Nade schmeißen. Oh shit. Main steps. I gonna flash main. Flash us out. Bomb is A. Main. Too main. Oh god. Bitte nicht. Bitte lass diese dreckigen Luckboys jetzt nicht schon wieder gewinnen. Er knifet einen sogar. Ich fass es nicht. Das kann nicht wahr sein. Wenn ich flash rein, dann kommt der eine gerade raus. Ich muss mich mit ihm befassen. Kann nicht die beiden geflasht und killen. Ja. Play together. Nice. Ja. Und jetzt immer schön ausbauen, dieses Spiel. Weiter ausbauen. B, B, B. B, B. B, B, B. B, B, B. Haha. Da kommt er angeschlichen. Der kackt nur. Wir brauchen jetzt einfach die Runden. Bitte verkackt jetzt nicht, weil ihr irgendwie eine Waffe nicht bekommt. Scheiß auf die AWP. Die kommen jetzt eh A gerusht und ich habe nichts. An Granaten da. Schön. Weil der Pisser mich noch genudelt hat. Und das war kein Luck. Nein, nein. Das hat er schon gut gemacht. Er ist halt geschlichen. Darum hat er auch die Runde verloren. Hätte er mich direkt gepusht, wäre das vielleicht was anderes geworden. Aber ich hätte auch dumm sein können und ihn dann zuerst pushen können. Alter! He's low HP. Ich gebe ihm den Headshot mit der verschissenen M4. Und er stirbt nicht. Ah, Leute, Leute. Warum macht ihr diese komischen, aggressiven Scheißdinger? Komm, kill den. Sehr gut. Want to steal low HP? Just play slow. Okay, on side. Geht einfach zu zweit drauf. Machen dann den Smoke dahin. Lasst den planten. Oh, scheiße. Guckt's euch an. Das war einfach fail, dass keine gemeinsame Absprache da war, um dann zusammen ranzugehen. Und diese Runden muss man minimieren ohne Ende. Ständig gebe ich hier nur low HP und verreckt dann. Jetzt habe ich vier Assists. Es ist aber nur noch einer. Das heißt, die Runde ist ein easy win. Das ist more gay. Warum ist er nicht sofort gelaufen? Nice. Guck mal, Agni ist jetzt erst hier. Sobald der Kollege auf A um Verstärkung bittet, muss doch gerade in so einer Runde geschaut werden, dass man direkt nachkommt. Just play slow, guys. Just let them come. Nichts da, blue, blue, blue. Hört auf euch zu boosten. Was macht der da? Ja, die töten da rum im Vent und wollen sich in den Vent rein boosten. Es ist doch alles cool. Weiß nicht, warum die jetzt so eine Hektik machen müssen. Ich gehe mal On-Spot mit der verschissenen... Ach, obwohl, nee. Ich bleib hier, ich bleib hier. Let them come, Yellow. Yellow, nicht so rangehen. Er kann sie doch holen, sobald sie dann um die Ecke kommen oder so. Jetzt wird er... Ja. Ja. Shit! Äh, go B. Ja, Leute, hä? Was ist das jetzt für ein B-Go mit zwei Mitteln? Ja! Nett, nett, nett von... Come on, Blue. Take, take, take gun, take gun. He's coming, he's coming, he's coming. We're gonna smoke him. Bah! Games! Sense, meine Dramatär! I'm going Ventrum. Nice. Vent is down. One under. Nice. Wohohohoho, alter, ja los, einfach reingrad. Das heißt, die kaufen jetzt wieder. Ich hasse es, wenn's squeaky offen ist. Ist irgendwie eklig. Oh, vor allem, wenn Highway jetzt offen ist. Ah, super, muss ich verschieben. Nice Bomb is down in front of me. Main steps? At least two? Oh, nee, wie... Hä, warum ist denn der jetzt vorgegangen? One main, left side. Ich steh jetzt halt echt schweinig, Tim, ne? Nein. Meter, one eye. One is down. Er kann's noch holen, es sind nur drei. Ich denke, den ersten holt er jetzt. Hm, und auch nicht. Diese behinderte Pusherei ist sowas von dumm. Also, in unserem aktuellen Stadion ist es einfach bescheuert. Wir haben mehrfach festgestellt, dass wir sie locker haben, wenn wir sehr defensiv spielen. Dann kommt die Runde, wo der Mittespieler ein bisschen weiter vorgeht und stirbt und schon verkacken wir. Ah, ja, smoke, one eye. At least two main. Bomb, left side main. Ah, shit. One half edge spin, nice. Nice. Ja! Oh Gott, oh Gott, was für eine wichtige Runde. Okay, okay, was kaufe ich denn jetzt? Ja, ich hole jetzt halt nur die M4 und das kleine Dingens. Und lecker, die Kui. Incoming. Oh Gott, last one side head. Just wait, they need a bomb. Die könnten sich edel hinstellen. Er bleibt hier und der andere geht da links in die Ecke. Wenn die AWP jetzt gleich um die Ecke guckt und ihn wegholt, dann ist es eine One-on-One-Situation, wenn er dann klug ist, also er hier drüben, rusht er die AWP direkt, sobald sie den Mate anschießt. Genau, genau, genau. Mach ich halt eine leckere Umbrunde. Wird jetzt eh ein A-Rush und jetzt mähe ich sie um. I'm playing defensive, guys. Wanna step in the main? Molly ist raus. Oh mein Gott, hier ist mein left side upper. Ja, da holt mich der Lackboy halt weg auf seinen verfickten Boxen. Aha. Wie so eine kleine Ratte. Gut. Ein Drop ist am Start. Ich hab mich halt wieder schweinedumm killen lassen. Das war echt blöd. Ich hätte nicht rangehen sollen. Warum auch? Ich predige den Leuten ständig. Wartet. Spielt langsam. Lasst sie kommen. Und was macht Papa idiotico? Rangehen. Nicht warten. Nicht kommen lassen. Killen lassen lässt er sich. Ja, killen lassen. Das macht er. Scheiße, jetzt ist es gerade ein bisschen eklig. Okay, ich hab jetzt Purple wieder hier. Sehr gut. Mitte ist offen. The Flash connector. One in front of connector. He's down. Nice. Another one is in front of connector. In front of connector too. One connector. I think one is in connector. Nice. I'm gonna flash main. Bomb is down main. I got the bomb. Nice. Just wait. I got the bomb in main. Nice. Da wieder meine Assists. Gras. Ich hab sieben Assists. Nice. Jetzt hab ich Kefter nicht voll gekauft. Ach, Gras. Danke. Also ich würde da nie im Leben hochgehen. Alleine schon die Aktion finde ich ziemlich gefährlich. Da kann so schnell halt was rumkommen. Ich glaub, wir haben den Win im Sack. Fünf gegen drei, meine Herren. Und Damen. GG, Guys. Ich hab mir auch die 50 Punkte geholt. Hey, hey. Da kommt der LE wieder, fisch. Ach, guck mal da. Gut, wir waren deutlich besser. Obwohl, ne? Die haben einen LM gehabt. Das war jetzt echt ein anstrengendes Teil. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich war ein bisschen salty. Ja, okay. Ist in Ordnung. Chillt mal eure Grundbasis. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst es mich wissen, wenn ihr cool seid. Ciao, ciao.